ja leute grober wahnsinn hier nochmal mit seven days to die alpha 17 und zwar wurde gerade noch mal ein update rausgeschickt und ich habe seit der letzten aufnahme die ihr wahrscheinlich gesehen habt durch malocht ohne ende bis tag sieben und damit verbracht bäume zu fällen et cetera und mir das kleine reich hier auf dem dach von den von diesem geschäft hier aufzubauen das sich nennt das was man mit eisen stangen macht das habe ich jetzt mit mit den holzplatten gemacht damit die nicht über die mauer laufen können von unten nach oben ja ich bin mal gespannt ich habe so gut wie gar keine waffe ich mich einfach mal hier auf dem haus verschanzt und wir gehen jetzt rein es ist tag sieben jetzt gleich rund gehen denke ich mal ja wie ihr seht ja sie gruselig aus ja so sieht das gebilde aus nur aus holz die eisenleiter habe ich unten zwei sporen kaputt gemacht da die ja jetzt springen können und auf die zweite sporen einfach so drauf kommen für die kein problem mehr ich habe das noch ein bisschen näher verbarrikadiert ja ich bin selbst gespannt ja ja mal rein so sieht das von innen aus ganz simpel ich habe eine unmenge an holz verballert so ich habe zwischendurch auch alles mögliche zusammengetragen habe ja schon heftig ne ja ich habe hier echt viel geld der rest von den holzrahmen aus dem holz was ist das holz eigentlich hier ist das holz das ist der rest davon ich weiß jetzt auch nicht was ich noch als waffe nehmen kann ich habe nur einen bogen ich konnte mir eben noch die hälfte davon schnell ein paar pfeile machen was aber nichts bringen wird ähm bisschen holz brauche ich dafür gleich ist es soweit gleich geht es rund soviel wie möglich ok na warte entweder überrennen die mich ich weiß es selber noch nicht sehr spannend auf jeden fall so tür zu hier ist die notleiter nach unten ich hoffe jetzt tun man sie mir nicht vorher der aufzug ist der alberge hat bekannt so haben wir schon da hallo ja richtig jetzt sind wir oben auf die aussichtsplattform hier hätte ich dann noch eine luke drauf tun können sonst falle ich dann nachher runter ne soll ich was essen ja leute wir kämpfen jetzt wahrscheinlich nicht ich bin froh dass ich überhaupt überleben werde äh ja wir müssen uns das schauspiel mal angucken ich will einfach nur überleben ich habe so viel gekillt rein nur wegen bäumen fällen das immer einen gestört haben ja und das zig zombies ja ich habe jetzt bestimmt bei ach du scheiße was geht hier ab was geht hier ab hier ist was zusammengebrochen einfach so ist nicht euer ernst ne habt ihr das gesehen ja somit kann ich nicht mehr hoch gehen ach du scheiße ich habe keine achse mehr doch was war das denn das kann doch nicht so österreichisch sein wir sind ja unten auch schon am hemmel in die domen ja ohne beton und so ist alles schwierig das hat es nicht gehalten ich denke mal ab 22 uhr rennen die los kommen die meisten von hier oben sieht man nicht so viel aber ich will nicht sterben ich bin nicht einmal gestorben ja ähm wie viele kills habe ich zombie kills 50 tode 0 leute ey ja über 536 gegenstände habe ich gefertigt zum großen teils halt das was ihr hier seht ich krieg die krise ey aber das wollte ich jetzt gern mit euch teilen und äh jetzt geht's rund die glocke wurde geschlankt da hinten sind ja schon die ersten kommen da unten läuft auch irgendwer die wollen mir alle in den kragen das wird dann noch diesiger oh oh man leute wenn die mir das ding jetzt hier einrennen also wenn die an einen nicht drankommen ja scheiß ich hab kein licht hier nix dann heißt es da die fangen an zu zerstören und ich geh mal davon aus das ist unter mir unterhalb alles kaputt schlagen wie es nur geht um an mich ranzukommen ey jetzt ist ja gar nichts mehr ich äh werde mal versuchen die Gamma hochzudrehen ähm Video machen wir mal etwas heller so damit wir auch mal sehen was da geht ah ja da hinten im Wasser tummeln sich ein paar ja tagsüber ist äh der Wertangaben mal viel zu hoch ich trau mich gar nicht mehr runter ich will jetzt einfach mal runter gehen wenn sie hier hochkommen und wenn sie mich überrennen dann war es das sowieso ja brauche ich gar nicht hier den, 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 äh ausrichten unten die Fluchtmöglichkeit zu nutzen weil wenn ich unten draußen bin dann, äh haben sie mich so oder so ähm die ersten sind schon oben das hört sich nur so an ne ja ok ich lebe mich kampflos auf wo hacken die denn rum das fühlst du an als wenn meine die, die Bewegung ist hart und das leckt das leckt tatsache ein bisschen das leckt tatsache ein bisschen ich kann ja nichts machen nicht klar da kommen wir wieder es sind jetzt nicht besondere äh Gegner dabei so ich glaube das habe ich gesagt das habe ich gesagt so viel wie möglich niegeln ich will haben ein Viertel nach sechs boah seit der letzten Aufnahmen habe ich die ganze Zeit nur Holzanfällen und Zombiesanfällen weil da sind sie schon oben der Pfeiler ist kein Thema für sie das hat die Zucki haben die das mal in den Bild aber jetzt wollen die wahrscheinlich sie hat einen Huch geblieben komm schon entspannen durch hm das geht hier auch schon ich vermisse die Bullen also ich spiele auf der Schwierigkeit not made das ist wirklich schwer genug und vorher habe ich ja gestern schon mal gesagt habe ich auch sehr weit versucht die ganze Kücken ja also wenn das hier klappt dass man da oben drauf sicher ist dann bin ich doch halbwegs zufrieden wenn das alles bringt da sonst nichts mehr man kann die nur auch nicht lüten und da seht ihr noch lieber zu was man sicher ist oder die ganzen Feinden zum lüten bringen die nichts mehr und daher ich habe schon gedacht wenn das einfach nicht kaputt zu kriegen dann werde ich einfach damit dann das nicht sind keine also ich finde es wirklich Bullen und ja die üblichen halt die Krabler die Spinnenkrabler wisst ihr was die meinen wenn ihr da näher was ich drüber wisst was man da einstellen muss oder aber ich meine die ich habe das sonst auch immer geschrieben die waren da sind die denn oder kommen die aus den nächsten Nächten ja auf jeden Fall haben wir zu dem hier nachzukommen vor allem hinten hinten hier kommt die Leiter ja nicht mehr hoch so weit zerstört wie geil in den Arsch geschossen so sieht das aus an die siebte nacht hier wirklich und äh ja also ich hatte nämlich fest damit gerechnet und die diese Bullen kommen und guck mal die Falle sich ganz ruhig jetzt die äh extra larragenden zombies sag ich mal die man halt so kennt ne wie heißt denn der wie ist der krabbler der läuft auf allen vier und dann kann auch teilweise die Wände hochlaufen wobei ich das immer als Bug gesehen hab aber das war ein Problem der kam immer hoch ist egal welche Überlegung du bist echt was hab ich dahinter geöffnet was hab ich bei mir gefällt wie so ein Irren ey es ist nicht besonders einfach nur um bisschen sich auf dem Dach zu sein von keine Greifvögel also kein Geier die gingen mir die ganze Zeit um den Sack und das sind keine mehr da weißt du ich bin einfach noch ein Aussichtsturm aber man sieht da kaum was von oben falls die hier auf dem Dach um springen weil ich vielleicht noch ein bisschen in Sicherheit bin bis dann der Gong ertönt der Erlösung Leute wie gesagt ähm ihr habt ein Update das kam gerade raus vor dreiviertel Stunde schon gedacht was ist denn jetzt los Dated ab kann doch nichts sein Alpha 16 updated aber ist ja ich hab's da so eingestellt es ist automatisch updated bei dieser Beta Option im Steam Sinaitest Beta oder oder krachte oder krachte ist der links sicher ist ein sterbe lieber da war was ist ernst gemeint ich vermute mal dass sie sich aufeinander stellen um so hoch zu kommen bis jetzt nichts ist so hoch ist so hoch ist so hoch ist so hoch ist Wie kehrt die Dinger? Ich hab ja den noch stehen. Oh mein, also ich hör doch einmal, was muss los? Oh, ist das toll? Oh mein, der war auf 110. Wie kann er denn jetzt auf 100 Mega sein? Das hat er doch ein bisschen. Ja, ich hab's doch geschafft. Ich glaub, ich bin sicher. Ich geh mal rein ins Feuer. Schweinekalt. Ah, vielleicht schon wieder was Nacktes drin ist. Okay. Weil ich die gerne mal so aufgedreht hab, damit ihr das seht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, was ist ja so. Hm. Ich finde auch nicht mehr Luft. Werbung kraft college. Ah, ich hab sie so weit. Ah, ich hab sie so weit. Ah, nur mit dem dicken Knüppel. So, jetzt muss das aber gehen. Da ist noch keiner oben. Direkt wieder kalt. Also am Anfang hatte ich nur eine Sprosse von dieser Metallleiter abgekloppt. Ganz unten. So, dass man mit einem Satz über die abgekloppte Sprosse springt und in die ganze Leiter ankommt. In der Regel schafften wir das noch nie bis zu diesem Abdenk. Und ich komme hier oben an. Da steht auf einmal einer hinter mir. Ja, das ist mir echt nacht. Also, das wird einen Satz ziehen. Macht dann, war dann mir leid, ne? Ähm, somit werden wir zwei Sprossel abklopfen. Das schaffen die dann nicht mehr. Ja. Ich bin positiv überrascht. Ja. Ich denke mal, dass die äh... Nächsten sind mit dem Rechnacht äh... extremer werden. Die Wüte sind nicht schlimmer. Das war ja davor genauso. Und ich hoffe, dass da mal interessantere Zombies kommen. Weil, wenn das nur die Standardfiguren sind, finde ich das schon ein bisschen schade. Also, ich vermisse die Bungen und... Also, Crawler. Wie hießen die, glaube ich? Die Spinnenartigen. Und der Schreihals. Ich habe bisher noch keinen Schreihals gesehen, ne? Ähm... Also, ich spiele das ja hier auf der dritten Schwierigkeitsstufe. Danach kommt, glaube ich, Warrior. Ähm... Sonst werde ich das mal, nochmal ändern. Und dann nochmal irgendwie gucken, was dann passiert. Aber ich kam eigentlich... Ja... Es war hollala zurecht. Also, ich bin nicht einmal gestorben. Und es waren schon Situationen dabei. Äh... Da wäre es fast passiert, ne? Allein durch den Geier, ne? Hm. Und vor allen Dingen die Wölfe. Hunde und Wölfe. Also... Also, wenn diese... Dobermänner kommen... Die kamen am sechsten Tag... Mit... Ich weiß nicht, wie war das? Fünf... Fünf Hunde war das. Ich hatte vier erledigt. So stand das, wie man's halt kennt. Na ja, ist gut. Gehst du mal. Gut, ne? Ich werde nur über die Ohren ziehen. Ne, was ist... Kommt um... Rechts um die Ecke noch einer geschossen. Ich denke, kann nicht wahr sein. Da kam ich mal so, ne? Was mit dem Läden? Konnte ich schon abschließen, ne? Nein, ich hab Glück gehabt. 40 Läden hatte ich noch. Ich glaube, so drei. Auf drei ist es stehen geblieben. Ja, da muss man sich auch erstmal ganz hochpushen. Ein bisschen hier... Ja? Habe ich die ganze Nacht fast gesessen. Ja, nicht die ganze Nacht. Ähm, ja. Fass! Schon heftig. Ach, heftig, heftig. Aber wirklich geil gemacht. Soll ich es dem Team lassen. Ich bin froh, wenn die Zeit direkt gleich um ist. Und ich bin mal auf die Verwüstung gespannt, die die angerichtet haben. Wenn mir jetzt nicht das Haus unter den Füßen noch wegbricht. Das wär's. Das wär's. Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Und mir ist so angestellt. 4 Uhr weiß ich, dass die nicht mehr rennen können. Aber es ist mir einfach noch zu dunkel. Warte, bis es wirklich hell ist. Dann kann ich den Gamma... Das Gamma wieder ein bisschen runterdrehen lassen. Das stört immens. Ja, also... Ja. Ja. Wenn ich weiß, dass es... Das ist nämlich zu viel zu zerstören. Mit zu Fazit. Ja. Dann werde ich mir auch wieder so Loot Rausch anbauen. Ja. Wo man dann, äh... die killen kann. Und, äh... Loot muss ja nicht mehr. Wenn die ein paar Rucksäcke verlieren sind, dann ist es nett. Und ansonsten ist es einfach mal... noch nervig, wenn... Ähm... Tja. Am sieben Abend einfach nur... Darum geht's, dass sie nicht pläten waren. Nein. Der Loot Spaß fällt halt aus, ne? Das müsst ihr euch bewusst sein, ja. Ich geh mal hier drauf. Ja, ich hab's ja mal... Ich hab ja gerade gesagt, das Auto. Das... Das machen wir gleich klar. Und das könnt's nicht heilig werden. Aber es... Sieht noch alles gut aus. Da gibt's kein Krater im Boden. Nicht so wie da hinten beim Bauernhof. Ja, kommen wir jetzt dabei, oder was? Ach, guck mal, da sind sie. Wir haben alle zwei mit mir, ne? Taha. Taha. Äh... Ah... Ähm, wenn der Dicke kommt. Hier ist auch keiner von denen. Was ist ja? Was heißt denn hier? Der Walker, ja. mit dem Stahlhörner der bringt der hat mir 1500 gebracht und da ist er dran das war ein Läfter und mal diesmal ihn hier ich hab jetzt keine Pfeile mehr, schade aber egal das Ding steht in der Luft ich hab Freunde in der Nacht das war's für euch ich hab überlebt also wär ich jetzt in einer ganzen mal ein Bude gewesen wo die Treppen und keine Ahnung ich mein ich hätte die Treppen ja sowieso abgeschnitten quasi ne das hat man ja automatisch schon gemacht aber ich glaube die werden auf einen anderen Weg noch reingekommen oder hochgekommen vielmehr gut dass ich mir das hier ausgesucht habe die Dinger drumherum als Schrift oder so ein Crawler die nicht über die Mauer kommt der kann nämlich nur bis da laufen hier wo ich jetzt hier mit der Schrift bin Holzrahmen aufzuheben und dann fällt der nicht wieder runter der kann auch nicht währenddessen wenn die Wand hochläuft schlagen ähm ja das hab ich auch noch rum rum gezogen oh Ed Shepard ich sag ja wenn jetzt gleich noch das ganze Ding hier einstürzt dann erleide ich doch noch einen Tod erscheinlich obwohl die Fatalität hab ich ja schon so aufgemotzt noch mal rein und zack was hab ich denn alles pinnt hier so immer diese hier hab ich zwei Stück voll fertig und dann hab ich mir dieses gemacht schon Punkte woher gucken ob man Punkte kriegt wenn man die Nacht überstanden hat das wär cool äh dann dieses hier Living of the Land ja ja das 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 heilt immer von alleine es dauert immer so 30 Sekunden bis ein Punkt geheilt ist aber es klappt ähm was hab ich noch gemacht so hier nichts mehr ja genau dann hab ich hier oben die gemacht ja für Max Terminal und dann habe ich hier oben den gemacht den Intellekt äh davon noch Master Chief tief oder mal was achso ja 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 natürlich diese hier ja für genau für genau Damage ähm mit mehr Erträge glaube ich größer war das ja ja das ist ganz cool und die sind hier vor allen Dingen ja 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 ich hätte es mir eigentlich ein bisschen spektakulärer vorgestellt oh guck mal hier wir haben wieder Sonne ganz normaler Tag dann werden wir jetzt nochmal eben hier meine äh Options Video müssen wir ein bisschen tiefer drehen wieder das ist zwar heftig ja das zieht auch an der Kraft so ok das ist Standard finde ich so ja ist das Ding da oben noch zusammengestürzt warum auch immer ne also es war stabil es war wirklich stabil und es war auch nichts zu überwiegendes was äh herausragte dass es ähm es nicht halten könnte ist einfach gerade eingestürzt ne ähm ich glaube jetzt habe ich auch kein Material mehr für Pfeile da fängt der Erdgeschirm auf mit vorne an da fängt der Erdgeschirm auf mit da fängt der Erdgeschirm auf mit da fängt der Erdgeschirm auf mit 20 Punkte aufwertet ja da sollen wir machen du bist bei 50 du trinkst ein Wasserkrug dann wertet das bis 70 noch auf ähm ja ja next life ok ja ich hab doch noch viele Federn ja ich muss mal schnacken oder ihr seid mal schön leise da oben jetzt der Grunde Wahnsinn hat er euch gezeichnet ja oh oh das ist ja schon geil zu wissen äh dass ich hier oben sicher bin so lange so lange auch nur der Untergrund besteht so Federn Federn hier auch noch 20 oh alles aufgebraucht ey ich hab dafür so lange gedrackert ähm Steine für genug Steine oh hier hab ich schon Messing auf ähm was hab ich hier so zerlegt mit später einer Dingung Schmein in äh sag mal schnell Leute in äh na in Schmelze schmeißen können hier alles gefunden wie geil ey und was das hier ist von 100 so ja genau wie das geht kenn ich nicht äh 107 durch Handling Ports nach verschiedenen Häusern ähm ähm rüber kohle ist ja richtig egal was war das denn Leute wir sind hier oben boah ich krieg Gänsehaut Leute ich krieg Gänsehaut es ist noch mehr eingestürzt es ist noch mehr eingestürzt ich denke mal die haben unten die Konstruktion ziemlich im Arsch gemacht deswegen muss ich das gleich angucken dass äh hier oben einiges kaputt geht aber doch nicht so schnell vor allem der Boot ist dann noch da boah ich will nicht was nichts da unten auch sieht ich wollte nur mal ein paar Pfeile herstellen falls ich äh mich wehren muss okay 20 ich war mir sicher dass ich nicht mehr hatte bitte bitte nicht jetzt einstürzen bitte nicht ich muss noch was haben boah die Decke hier hat gehalten ich wäre fast im Arsch gewesen komm 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 ich sollte mal eine Kanone mitnehmen eine Kanone habe ich gefunden noch ach 13 Fälle für die ganzen Viecher ne also die mich jetzt in Angegriffen haben dann lassen so ein Ding und die Reparaturkünste die Federn seht ihr auch keine mehr ne ach ich bin ja gar nicht am Stream Mensch hier so ein Meckel Spike Smart Schemetic ja das war ja früher ganz anders du brotst es einfach nur hier von welch und dann konntest du hier so ein äh ich sag mal schnell hier so eine Keule mit diesen äh mit diesen äh Dingern bespicken und das hat immer gut gewirkt ne aber ich hab mir nur eiserstärkt mitbebauen können ja 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 also was war es dann schon eigentlich was kann ich noch ganz gut nehmen ich hatte selber mal ein Verband der Knüppel ist kacke der ist gut Wasser hab ich noch einen das kann ich auffüllen ähm die Axt für ja ähm 20 verdammt ich hab viel zu wenig aber gut wenn ich jetzt sterbe dann tue ich es für euch Leute ja ja ich will mir das Spektakel unten ansehen und dann äh werde ich das hier wahrscheinlich auch wieder niederweisen weil schön ist was anderes ne und vor allem möchte ich ja gerne so anfangen erst dann wenn ich Level 20 habe mit Beton arbeiten auf jeden Fall ja Holz ist kacke ja Holz hält nicht das hätte er ja okay die Theorze ähm Lichter aus auch gefunden die scheiße ne 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 so dann wollen wir mal wir können ja jetzt nicht mehr laufen ne hallo seid ihr noch da ich guck euch guck mal wo ihr seid ich denk mal die Leute haben die komplett zerstört mal spannend ich hab übrigens gesehen hier am Bauernhof der Bauernhof hat schon der hat den Scheine wenn ich da runterfalle habe ich was gebrochen dann ah cool nein steht noch ja wo seid ihr denn oh oh das ist man hier kommt keiner aus dem Wasser wenn ich da ach du scheiße ja hier haben die gut gefightet auf jeden Fall ja komm ich weiß wie ihr tickt oh ich denke aber schnell nieder echt jetzt ist der tot ach ja ich hab ja mich aufgeskillt aber echt jetzt so stark bin ich schon und das allein nur mit Steinpfeilen das ist doch gar nicht so problematisch wie wir mal dachten komm komm ich nimm meinen Fall na der braucht mehr muss aufpassen der ist noch nicht tot immer gucken immer gucken 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 ja immer vorsichtig sein das ist einfach so wenn man nicht sterben will ey oh den kann der fressen auf einmal steht jemand hinter dir das habe ich jetzt schon so oft erlebt immer noch ja 700 xp für den dicken nur noch 4 Pfeile kann auch nicht wahr sein ich muss mir die Pfeile holen gehen boah was haben die hier was ist los guckt euch das an guckt euch das an der Laden steht bald nicht mehr ey die ganzen Pfeiler sind weg Leute die sind aus Stein wisst ihr wie lang ihr dafür kloppen müsst seitdem nur mal so ein Ding hier weghaut das ist ja ganz klar dass mir da oben alles zusammen fällt der Laden steht bald nicht mehr ist ja heftig ach du scheiße scheiße die waren echt fleißig meine Güte ey boah also ich glaube hier kann ich nicht mehr zurückgehen in der nächsten Nacht ist das Futsch die reißt den ganzen Laden ab guck mal hier steht keine Wand mehr nichts das ist doch nicht ver- äh Leute ey da weiß ich nicht Was Betonblöcke, dann ähm... Sie sind auch stabil, Agne. Ich glaube... Aber ich glaube... Die halten auch nicht mehr aus. Oh, meine Pfeile! Bum, 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 bum. Leute, hier steht ja gar nichts mehr. Die ganzen Pfeiler haben die weggeprasht. Also wenn sie sagen wollen, ja komm, wenn wir die Pfeiler weggeboxt haben, ey, dann stürzt die Decke ein, dann kommt er schon freiwillig runter. Ey! Das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt quasi... Ja, dadurch der Teilhämchen da oben auf jeden Fall... Also da oben wird das das zweite Mal nicht mehr funktionieren. Denn dann stürzt das ein. Auf jeden Fall. Wenn ich nicht dagegen jetzt angehe, ne? Wenn ich jetzt, sag ich mal... Ähm... Ne Wanderhorde. Jawohl. Ne Wanderhorde läuft da. Ähm... Ich reg ein bisschen leiser, weil meine Frau schläft. Wir gucken gerade mal. Moment. Ähm... Was wollte ich denn jetzt gucken? Ähm... Was fehlen wir denn da gerade ein? Ach so! Mein Level, genau. Level 4 oder 5 bin ich jetzt? 5! Level 5 bin ich jetzt, ja. Bis 20. Da... Vergehen nochmal... Ja. Nochmal... Also wenn ich jetzt so fleißig dran bleibe... Vergehen dann nochmal... Dreimal 7... Dreimal die siebte Nacht... Das kann ich unmöglich mit Holz stopfen. Also, ja... Das kann ich unmöglich mit Holz hier stabilisieren. Guck mal, die Pfeiler. Alwisch! Verdammt! Ich muss umziehen. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich muss mir was anderes überlegen. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ey, die Holzdinger. Die halten doch nichts im Rahmen. Ist doch... Absolut Käse. Verdammt! Verdammt! Verdammt der Käse. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Kein Wunder, dass da bei mir oben alles einstürzt. Ah, das wusstet ihr bestimmt. Aber so krass hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Die ganzen Pfeiler, Stützpfeiler weg. Die Hälfte der Außenmauer weg. Also da kann er nichts mehr halten. Also da kann er nichts mehr halten, ist doch klar. Da kommt der Nächste. Ah, ich bin echt... Ich bin echt überrascht. So, Schatzkind, jetzt kriegst du allem mit dem Baisy. Weil der so fleißig war. Wo bist der? Kommst du mal bei mich? Oh, die sieht lecker aus. Das ist einer von diesen Sippen-Nächtern, ja? Oh, die macht ja mal gar nix. Die sieht auch böse aus. Die sieht auch wirklich böse aus. So ging das die ganze Zeit, Leute. Hauen und schnell davonrennen. Hauen und rennen. Auch wenn ihr drüber steigt. Da hab ich schon... ...ne Auszeichnung fehlkriegt. Laufen. So, kommt ihr gegen die an. Und laufen. Wenn, was das hält. Stehst du noch mal auf? Nein. 700 XP für die Alte. So, Leute. Die hier kommt dann... Ja. Wenn die siebte Nacht ist. Das ist einer von denen. Ja. Und schwupp weg ist sie. Aber egal. Und da ist unser altbekannter Rocker. Du fieser alter Sack. Aber du bist der Trainer. Oh, da von hinten kam einer, glaube ich. Nee. Hörte sich gerade nur so an. Bauleiter. Ich sag halt euch. Komm, Muschi. In den Kopf. Nicht aufpassen. Er ist noch nicht tot. Er lebt immer noch. Zwei sind mir zu viel. Das sind gute Zombies. Also, ähm... Das ist die Elite-Zombie. Zombies. Die Elite-Zombies sind das. Misch dich da nicht ein. Alte Hexe. Komm, Junge. Jetzt hab ich eingekriegt. Weil ich nicht durchkram. Boah, der fällt nicht um. Doch, jetzt. Aber das... Na, Stück. Nein, 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 nein. Lass es bloß sein. Kein Scheiß. Oh, nee. Also, das sehe ich jetzt zum ersten Mal nach der Nacht. Die waren noch nie da. Da soll ich jetzt Pech haben. Und da kommen Hunde, fünf Stück. Dann war es das für mich. Dann, äh... Kann ich dem nicht mehr entgegenfliehen. Boah, die sind auch ganz schön kräftig hier, muss ich sagen. Vieles Nachschlag, Christo. Nennst Stück. Schönes Tattoo. Der Popo. Ui. Fall mal um. Fall schon um. Boah. Die hat lange Arme? Warum hast du lange Arme? Das haben wir euch doch verboten. Wie ist das hier? Boah. Okay. Das Haus bricht bald ein. Also, es ist kein Wunder. Oh, das war es wohl. Ja. Soviel dazu, meine lieben Freunde. Wie gesagt. Gebt mir ein Like. Ja, ich bin euch sehr dankbar dafür. Ja. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und wir werden uns zur nächsten Runde sehen. Ich würde mir was überlegen müssen. Weil sicher ist es nicht mehr. Sicher ist es nicht mehr. Das kann ich schon mal knicken hier. Ach, egal. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Ich muss mir was anderes überlegen. Die ganzen Klamotten hier. Werde ich natürlich nicht nur verbaut haben. Sondern ich würde es mitnehmen. Ich würde alles mitnehmen, was hier steht. Ganz klar, es war so viel Arbeit. Oh, es ruckelt. Hat das Haus jetzt geruckelt? Boah. Ich werde vorhin, wenn ich jetzt gleich einstürze. Dann war es dann. Ja. Ich werde jetzt auch den Geist aufgeben. Ich habe die Nase gestrichen voll. Ja. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen. Bis morgen. Ja. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Also, ich könnte euch nur empfehlen. Irgendwas oben drauf zu machen. Weil wenn ihr irgendwo in so einem Häuschen seid. Ihr seht ja. Also, was sie aus dem Stein. Ja. Aus Steinmauern machen. Ruck, zuck. Ich würde mal sagen. Fünf Minuten noch später. Hätten die es geschafft. Dann hätten die das ganze Ding hier niedergerissen. Ja. Das hätten sie geschafft. Je nachdem, was sie mit Betonmauern machen. Muss man drei Betonmauern nebeneinander stellen. Pro Wand. Also, Halleluja. Holz war schon eine Menge Arbeit. Und... Pfff. Pff. Ja. Oh je. Bis man mal 500 Betonblatt zusammen hat. Das ist auch eine Menge Arbeit. Ne. Hm. Ja. Gut, Leute. Ich wünsche euch was. Euer Goma Wahnsinn. Ciao, ciao. Halo. Ciao. Ciao. Vielen Dank.